Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oder sitzt da gar keiner mit drin? Einfach rein und hoffe, dass irgendwo ein Speichersymbol auftaucht. Ah, nicht, oh. Dann aber weg. Speicherpunkt, gut. Wie gesagt, Speicherpunkt, gut. Überfahren werden vom eigenen Kollegen? Scheiße, aber Speicherpunkt, gut. Ja, wenn es mal nicht läuft, dann richtig. Speicherpunkt, gut. Ja, wenn es mal nicht läuft, dann geht es. Und ich habe ihn noch gesehen, wie er auf die Zug kam, ey. Ich stehe da einfach. Oh, ich habe ihn noch gesehen. Ok, ich hab grad was. 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 Ok. Ok, ich hab grad was. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, war auch nicht schlecht Den habe ich hier erschossen Aber ich will jetzt weiter, ich muss Und das kaputte Auto da hinten nehme ich auf jeden Fall nicht mit Dann latsche ich hier lieber durch Auch wenn der Weg noch so lang sein wird, ich trinke mal einen Schluck Rolling Thunder Und das war auch hier Erreichen Sie den Übergang zu dritten Schlacht, Herr Schleswig. Untertitelung des ZDF, 2020